Warnhinweis Plus Hast du nicht? Hast du da? Rauchen kann tödlich sein Ziert meine Packung Zigaretten Ich höre Stimmen Brot isst Fast Food Frisst Gemüse und Körner rund um die Uhr Wie albern klingt das Wenn dir das Leben mit der blanken Faust ins Gesicht schlägt Wie kleinlich scheint die Ethik und Walking Einer durch und durch fragwürdigen Existenz Wenn du nicht weißt, wie weiterleben, wohin und wozu überhaupt Aber doch lebt wahrscheinlich nur wirklich, wer sie kennt Die Momente Warum wohl war Lee Taipei? Warum wohl ist Rümkorf fast immer besoffen? Warum wohl sprang Rolf-Dieter Brinkmann Aus einer Londoner Kneipe Direkt vor ein fahrendes Taxi? Die Antwort weiß keiner Und doch ist sie vielen erahnbar Das menschliche Sein ist nicht auflösbar in seine chemischen Komponenten Und was eben noch alles war Ist im nächsten Augenblick nichts Und umgekehrt versteht sich Eben noch überwand dein Geist diese Welt Und sang ein Material A Cappella mit Laoze und Meister Eckhardt Und jetzt Erzitterst du Leichenplass beim Gedanken an eine offene Rechnung Und Natürlich werde ich wieder einmal erschrecken beim Anblick des Schriftzugs Und mir vernünftigerweise geloben Dem Tapperkonsum eines Tages zu uns sagen Für auch ihr Herz Die Handel Was sind War II? War II? War II? War II? War II war II wie Erlengry War II die Deutschland